Auch hier wieder das universal-totalitär-absolute Wirken der Drittimperative, dass es die Körper vor sich selber schützt und zu viel Erkenntnis, indem es das Unbewusste, auch eine Tröstungsmaschine und Integrationsmaschine, die nur dann Aufschrecken macht, wenn sie etwas im Real nicht wirklich reintegrieren kann, wenn es also das Unbewusste mit den Akzidenzien der Unsterblichkeit, mit der Gnade, die auch dem Tier beschert ist, des Nichtwissens, der Sterblichkeit und somit auch des aktuellen Existierens ausstattet. Aber wie passt dieser Glaube an die Unsterblichkeit, dass mir nichts passieren kann, zusammen mit jener anderen kurzen, aufklaffenden Schreck-Szenario des Open Ends, des Open Exit, des Ausgangs, der auslaufen wird wie ein angestochenes Ei und indem hier vorweggenommen werden, die Ein- und Ausstülpungsakte eben zum Behufe der Drittveränderungsimperative in Verweggenommen dieses Lebenszyklus kurzzeitig aufscheinen, aufklaffen gemacht werden. Wie passt dies zusammen, wenn es durch Nichtwissen oder Nichtwissenwollen sich es selber schützt und andererseits dann aus der Bahn wirft, aus der Bahn zu werfen scheint. Und wir haben es schon gesagt, es dient nicht dazu der Selbsterkenntnis, der Existenzerkenntnis, des Aufwachens, des Ja, ich existiere und es existiert ja und weil es existiert, wird es sich unweigerlich wieder ersetzen und alles, was existent gewesen sein würde, als bedingtes Sein wieder austauschen durch anderes dann erneut wieder auszutauschendes. Es dient nicht der Erkenntnis dieser Zusammenhänge, sondern es dient der Beschleunigung, der Zugzwanghetzbeschleunigung, der Schreckspeitsche, des Aufweckens um sich all diesen Mühewaltungen, der Besorgung des Abri, des Biotops, der Absicherung gegen Wärme und Kälte, gegen Ungewetter, Unwetter, gegen Gefahren, diese Höhlen und Häuser bauen, dieses Besorgen von Futter jeden Tag zur Erhaltung der Integration qua Energiezuführung im Vertilgen der Anderen, bevor man selbst an die Reihe kommt und dieser noch eminenteren Mühen, die man sich aufbürdet, als ob das Joch, das man zu tragen hätte und das damit beginnt, dass man bereits für das Aufräumen das nie zu Ende bringende, den nie zu Ende bringenden Kampf gegen die Entropie nicht mal mehr bewerkstelligen vermag, weil er man als Sublimationist andere wichtige Dinge in der Dignifizierung der dicken Dinger zu bewerkstelligen hat, die einem die ganze Kraft und die ganze Zeit beanspruchen, so dass man für solche Dinge nicht mal mehr den kleinen Finger heben kann oder sich erheben kann aus dem Bett sondern nur für die sind Kampf gegen andere Phantasmen. also der Zusammenhang zwischen einerseits der ersten Stufe des Unbewussten ewig Lebens und ewig sich erneuerns und nie sterben müssens und dann die Wiederholungserfahrung nach dem Auswurf des Ungeschehenmachens des Angeschissenseins, des Ausgeschissenseins, des Verwurfes, dieses Wurms, dieses Verdauungsschlauches, der nur dazu da ist, wie die Seescheiden oder die Anemonen zu fressen und zu wachsen und wieder auszuscheiden. Also diese zweite Verwurfsebene, die wir gerade schon gesagt haben, nicht der Selbsterkenntnis, der Erkenntnis, der Identifizierung, der Conditio, der Existenz dienen, sondern dem Existieren, der Beschleunigung des Sich-Hinausbegebens, des Sich-Ausfältelns, des Sich-Ausprobierens, jener aus den letzten Epizyklen überlieferten Neuerfindungen, um diese im Selektionsprozess zu erproben und damit dem Hochrüstungswettkampf noch mehr zu beschleunigen. um danach in der Stufe 3 verknüpft durch das Rhizom, verknüpft durch das Mycel als der, als das Möbiusband, als der Torusring, der die beiden aufeinander gehetzten Seiten miteinander verknüpft und gegeneinander hetzt, parallektisch über diesen Rand hinweg, durch die Leerstelle, durch die Null hindurch, aus den vertilgten Resten des eigenen Körpers dann wieder neue Seins zusammenzusetzen, um daraus wieder eins und dann die zwei zu machen, die durch die Abwesenheit, die durch den Schock des Aufrufes, durch das davon-schar-wenzeln, die Verklärtung, die Abwesenheit, das ganze Weltgeschehen, so wie die Ein- und Ausstülpungsakte, wie einen Handschuh von innen nach außen umstülpt und die ehemalige universelle Vollversorgung im Urozean von der Allumfassendheit, von der Allversorgtheit, von der Allmächtigkeit des Willens dann umstülpt in die Veräußerlichung des Lebenswillens, in das unendlich Ausgedehnte, in das unerreichbare Horizont, der nie zu überschreiten sein wird, weshalb man dazu aufgefordert wird, es eben dennoch zu versuchen, dennoch alle Grenzen zu überschreiten, dennoch qua Verlorenheit man ja nichts mehr zu verlieren hat, wenn man es doch probiert, das unstülbare Mangel Risskluftlochspalt, der geschlagen wurde durch diesen Vorgang, wieder zu erfüllen, aufzufüllen, damit die Zyklen sich schließen, damit durch diese Beschleunigungen nicht das Sitzen am Ort und das Nachdenken über diese Konstruktionen entstünden, sondern das Aufraffen, das Sich-Aufmachen, die Passage al-Act, die Aktionen, das Agieren einzuleiten, auf den anderen Ort hin, auf die nächste Niederlassung, auf den nächsten Körper und so weiter. Also auch das Modell des Unbewussten, das diese blödsinnigen Helden generiert, denen nichts passieren kann im Krieg, als der Vater aller Dinge oder als die Mutterader dicken Dinger, die also nur die Basis der Stufe 1 darstellen und dann sich selbst invertieren, umkehren, vom Innengeschlossenen ins Außenauslaufende, in den Open End, in den unten offenen Hülsendasein, eines angestochenen Eis, das auszulaufen hat, damit aus dem Dotter, aus dem geplatzten Amnion, dann wieder neue Weltuniversen sich ausfälteln können, die sich dann wieder einfalten werden, einpuppen, sodass der Schmetterling zurückkehrt in die Acharonta, des Raupendaseins und dort die eigentliche Unsterblichkeit des Tödlichen dann erneut zu erfahren, eines gedankenenthobenen Existierens an sich unter dem Aspekt des Nie-Aufhören-Könnens, dieser Wiederholung von Welle, von Wellenberg und Wellental, in diesem einzigen Freiheitgrad, von dem Schrödinger spricht, als eine Energiewellenfeldmuster, das sich an manchen Stellen so aufführt, als ob es da sich verdinglichte. Aber das tut es ja. Für kurze Zeit, wenigstens so an die 100 Jahre bei Menschenwesen erstaunlich lange ist, Das war die Untertitelung des ZDF, 2020.